Dazu muss man auch sagen, ich bin einfach kein Heavy-Spieler. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es noch nie. Ich bin einfach nicht gut. Wieso haben wir vier Spies? Ich werde das nicht verstehen. Ach ja, übrigens, ich bin, wenn ich auf, ähm, hier. Ich dachte, was ist das für eine Musik? Ähm, wenn ich hier, wenn ich, ähm, wie nennt man das? K.O.T.H., also King of the Hill, spiele ich immer, ähm, Crit-Medic, weil einfach besser. Finde ich zumindest, als so Überladung. Also Crit-Überladung ist halt besser, als es normale Scheiß. Halt in, K.O.T.O.H. K.O.T.H., Gerufel, ja, Gott. Ich glaube, ich habe ihn gerade einer Fuck verschafft. Komm schon, ich halte dich hoch. Stay in my sight, friend. Verdammt. So, als Medic. Oh. Das war ein Face-Step. Das war definitiv ein Face-Step. Ich habe mich zu ihm hingedreht. Also, das war ein Face-Step. Oh, Scheiß. Ein Hoch auf Latenzia. Dieser dumme Schlampe, der mir jedes Spiel versaut. Ach, fick dich doch. So. Ein. Ne. Fotze. Ich mag diesen Sound. Hätte das... Dimmi, dimmi, dimmi. Ich bin dumme Schlampe. Ich bin dumme Schlampe. O, ein Punkt ist in der Hauptpäne. Komm her, mein Freund. Ja, ich bin dumme Schlampe. Ich bin dumme Schlampe. immer ein Auge auf Gegner haben dem da der nicht stirbt irgendwie durch mich aber wohl weil ich außen bin er lacht doch schon so schön da hat er erio da anehen ob er hier Mission endet in 60 Sekunden. Mission endet in 30 Sekunden. Wir sind verabschiedet. 3. unser Kontrollpunkt. Kaffiert. Mission endet in 30 Sekunden. Wir werden das verdient. 3. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 2. 3. 6. 6. 6. 7. 7. 8. Und ich möchte gerne Nucleos spielen, weil es auch eine geile Map ist. Und ich damals immer gesagt habe, Nucleos ist voll die Kackme. Ich weiß auch nicht warum, das ist so die allgemeine Meinung in der Community. Da meine ich zumindest, dass Nucleos auf einem scheiß Map ist. Im Grunde ist sie es von der Aufteilung her auch, aber es macht mir trotzdem Spaß drauf zu spielen. Vielleicht weil es so irgendwie doch simpel ist. Weil es so easy ist, weil Easy Kills etc. hat leicht mehr Spaß. Teilweise zumindest. Come on Giant, man. Let's be Giant together. Aber doch nicht hier laufen. Oh Gott, willst du mich umbringen? Willst du uns umbringen? Oh Gott! And they said Rome wasn't built in a day. Bumperbodies. Oh come on now, fucking way. Ob ich es da wieder hoch schaffe? Bitte doch rum. Oh. Das öffnet neue Möglichkeiten. So, wenn er jetzt das macht, was ich hoffe, wenn wir jetzt vor uns spawnen laufen mit Crit, ist es so Insta-Win. Jetzt, direkt für die Spawn. Nein! Nur weil ich es gerade hatte. Scout ist Bad Scout. Und ich musste mich einfach draus verziehen. Ich habe Angst. So, das Scout waren zwei. Damit ihr es auch wisst. Ich bin nämlich die ganze Zeit entgegengelaufen. Ich wusste, wo irgendwo ist einer. Ich wusste aber nicht genau, wo. So, mein Punkt. Das war nicht zu schaffen. Und das macht mir Sorgen. Ich bin der erste mit 44 Punkten. Oh, awesome. Ich mag helfen, Leute. Ja. Gatiassek. Bring mir bitte ein paar Punkte ein. Ja, ich heil dich doch, Arschloch. Ich behalte ihn eigentlich auch nochmal ein bisschen hier. So, und jetzt bitte stürmen, töten, Punkte holen. Nein. Oh, danke. Er weiß, wie es geht. Er hat es kapiert. Er hat kapiert, dass man als Pyro auf Flammen löschen kann. Er ist awesome. Das wissen die wenigstens. Oh Gott, oh Gott. Da hat mich das Soldier Kai erwischt. Aber das hätte ich so oder so nicht überlebt in dem Heavy. Aber wieso verlieren wir das jetzt? Warum? Wir waren gerade so gut am Anfang. Auf einmal alles weg? Und warum geht jeder Arsch jetzt gerade im Medic? Ich bin der Einzige. Wir sehen wohl... Der Typ ist mir eigentlich auf Platz 1. Ah, voll cool, bin ich auch. Voll awesome. Stimmt so. Ist immer so. Weil er sagt sogar ein Anker aus. Okay, ich habe gelernt, vorsichtig zu sein. Das ist so dumm, sich so zu heilen. Mein Heilung. Oh. Wieso sind wir ein Dreier-Medic-Team jetzt gerade? Ich kapiere es nicht. You are not good. Sag ich doch. Ist gar nicht. Das war zu offensichtlich. Ich brauche ein bisschen mehr. Get this, get this, get this. We get this. Ah. Warum ich? Wieso? Wieso ich? Ich bin ein Spy. Arschloch. Arschloch. The Doom Medic. And the Soldier was not aware to shoot some Rockets. Ich habe so Angst, hier rumzulaufen. Destruction. More Destruction. Ah, ich liebe Soldiers zu beladen. 2, 1. Over time. Bad Spy. Tja, das haben wir gewonnen durch meine awesome Hilfe als Medic. Meinkel. Arschloch. Naja. Das war Doktor Wir sehen uns in der nächsten Mal.